So, herzlich willkommen zurück zur Kaiser-Kommando-Runde. Und jetzt werden wir hier die Kaiser-Kommando-Runde 9 ist hier eigentlich. Die spielen wir jetzt. Ich bin einmal gespannt, was wir diesmal wieder für Karten haben und ob wir wieder gewinnen. Auf aller Fälle brauchen wir ganz viele Sterne, wären einmal interessant. Hm, könnte was wären. Och, der hat gleich so. Ey, ey, ey. Lass mal dein Pokémon anschauen da. Ach, Stamin hat er auch. Also könnte er den im Prinzip level den Stern, du. Jetzt haben wir da Flucht-Board und Time-Ball. Wir machen meinen Time-Ball rein. Okay. Wenn er levelt, dann habe ich Pech gehabt. Dann ist er zu stark. Ja, dann hat er mich eh schon. Dann macht er mich fertig. Weil er kann mir Leben abziehen. Soweit ich weiß. Und wenn er mal Leben abzieht. Den Schafi sowieso nicht, oder? Der hat 90 und ich habe 60. Ist ein bisschen unfair, aber naja. Der lacht halt immer wieder auf. Wenn ich Schaden mache. So, jetzt pote ich mir einmal 3. Das reicht. 20, da gingen nur 20 immer. Oh, und dann wieder Genusen. Weil das ist sinnlos normal. Oder wenn wir mal den angreifen. Schauen wir mal. Oh, der macht es jetzt richtig hoch. Und dann verliere ich bestimmt. Brauche ich irgendeine gute Pokémons. Mach nur mal den. Dann nur mal 20 Schaden oder 40. Was hat er denn? Ein 50er. Nur einmal, dann ist die Karte weg. Und zwar safe. Jawoll. Das war ja schon mal super. Ich habe aber leider immer noch keine Karten, die ich rein tun könnte. Das sind alles Levelkarten. So, den kann ich rein da. Dann machen wir den auch nochmal. Vielleicht ist er dann auch weg. Was hat er denn? 60. 3 mal nochmal. Dann dürfte der auch weg sein. Hoff ich doch mal stark. Na, Highlander Schal. Okay. Ne, aus meiner Hand will jetzt nichts leben. Die brauche ich nur. Jawoll. Dann zieh ich sie eben so ab. Geht genauso. So, den kann man rein tun. Der ist dann zum Leveln. Oh, 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 oh. 110. Also der hat ganz schön viele Reservekarten. So, der da rein. Dann noch Energy gleich drauf. Machen wir den da mal. Der hat 60. Das war es im Prinzip 3 mal. Dann ist der weg. Okay. Ich habe leider keine guten Karten. Voll schlecht. So, nun mal. Dann ist der weg. Okay. Jetzt das letzte Mal. Dann hätte ich die Karte wieder. Oh, oh, oh. Jetzt zahle er mich. Dann tue ich den da rein. Gut. Machen wir da noch einmal drauf. Ich mache das da mal. Waserschuss wäre auch gut. Aber, das ist halt so Sache, ob der da nicht. Ach, jetzt hat er sich keil jetzt. Ob der da nicht. Ja, ich muss das jetzt riskieren. Weil, das ist so ein Riesenproblem. Ich mache mal Wasser. Jawoll. Eine weg. Das passt ja sehr gut. Aber zum Hochleveln habe ich halt einfach nichts. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Und dann bin ich halt gleich weg. Tue ich den da mal rein. Was haben wir da? Oh, na, den habe ich auch nicht. Kann ich nicht hernehmen. Das wäre der normal. Wenn das klappt. Aber dann habe ich keine Energy-Karten. Hm, hm, toll. Und tot. Und tot. Wo ist den da her? Das ist mein stärkster. Ach, das wird jetzt echt heftig. Spannend. Bin mal gespannt, was er dafür Züge macht. Okay. Malerweise kann ich den jetzt auch. Nebeln, aber der braucht halt drei. Und ich habe halt keine drei. Fluchtseil. Wirf Münzen. Ich kann die auch mal probieren. Ah ja, warte mal. Wenn ich jetzt Glück habe. Der mich jetzt nicht kaputt macht. Dann nehme ich da noch Energy mit. Mach das so. Na ja, ich kann nichts mehr. Schau mal, moi. Wenn der mich jetzt nicht zerstört. Und die neue Energy-Karte den kriegen würde. Mach das so, oder? Dann habe ich nämlich nur den Sunrun. Kannst die dann nur leveln. Dann wäre ich glücklich. Okay, warte mal. Wir machen mal Rückzug. Dann den da rein. Oh nein. Macht aber nichts. Gott sei Dank. Jetzt sind nur ein paar Energy-Karten. Dann wäre ich glücklich. Das ist halt immer schwierig. Ah, nur mal absolut 20. Jawohl. Den schaffe ich auf jeden Fall mit dem noch. Müsste eigentlich funktionieren. Ach, ich habe den noch gar nicht levelt. Fertig. Den kommen wir nämlich da nicht raus, ja. Nummer 20. Jawohl. Gewonnen. Aber war echt ein harter Kampf gerade. Ich dachte, ich verliere. Okay, dann haben wir die Runde. Dann sind es eh nur nur 9, 10, 11, 12, 3. Drei Runden noch. Dann haben wir eigentlich Kaiser-Kommando fertig. Und dann mache ich das Ding da. Was kann man denn da noch machen? Platin könnte man da noch spielen. Oder Stadtmeisterschaft. Wir spielen jetzt erstmal hier auf Gold. Gut, dann würde ich sagen, haut es rein. Und man sickt sie im nacksten Video wieder.